Auf einmal hörte er eine leise Stimme vom Grund des Brunnens. Hey du, ich sehe da einen Ball. Der schwimmt hier. Kannst du mir meinen Ball wieder bringen? Das wird schwierig. Der ist ganz schön groß. Bitte? Ich kann es versuchen. Aber ich kenne dich gar nicht. Was springt denn dabei für mich raus? Ich bin der Prinz. Ich kann dich mit Gold bezahlen. Gold? Kein Interesse. Gold schmeckt nicht. Ich kann dir die feinsten Speisen auftischen lassen. Braten, Klöße, Nudeln, Salat, sogar Pudding, Schokolade, Vanille oder Karamell. Alles, was du dir wünschst. Habt ihr auch Fette Fliegen oder Braten? Nein, sowas wird bei uns nicht gekocht. Das habe ich noch nie gegessen. Hm, gut. Tja, schade. Dann lebt wohl mein Prinz.